Ja, hallo, freut mich, dass es noch ein paar Leute geschafft haben, sozusagen der letzte Vortrag hier in dem Slot am Sonntag zum Thema Authorized Entities Directory, abgekürzt Aedie, das ist ein freies Softwareprojekt von mir, ja, ich bin Michael, ich mache das so Zeug beruflich, so, worum geht es in dem ganzen Ding, in der Ankündigung schreibe ich typischerweise sowas wie paranoides und agiles IAM für DevOps, ja, das sind irgendwie richtig schöne, viele Buzzwords, ja, in einem, damit sich auch jeder angesprochen fühlt, aber eigentlich ist es natürlich ein ziemliches Nischenthema, nämlich wirklich Zugriffskontrolle, Zugriffskontrolle speziell für Admins, für administrative Zugriffe in Rechenzentren, ja, und, also das ist so der, kommt rein, ja, Nachwuchs, ja, so, also es geht um die Zugriffskontrolle, immer rein, okay, also es geht um Zugriffskontrolle speziell für administrative Zugriffe in Rechenzentren, typischerweise Rechenzentren, sei es jetzt, was weiß ich, irgendwie reale Hardware, Cloud oder sonst irgendwas, ja, das ist egal. Das Ganze hat seine Wurzeln tatsächlich in einem Kundenprojekt, ja, das war sozusagen ein proprietäres Projekt und daraus ist sozusagen inspiriert, aus diesem Kundenprojekt ist eben das freie Softwareprojekt Aedia entstanden, ja, und es ging eigentlich darum, dass die Security-Abteilung gesagt hat, naja, das kleine User-Management, was du mal in der einen Ecke da aufgebaut hast, das ist irgendwie so ganz schön, ja, aber es wäre irgendwie noch ganz schön, wenn zum Beispiel User und Gruppen tatsächlich nur auf den Systemen sichtbar wären, auf denen sie auch wirklich gebraucht werden, ja, so, und dann habe ich mich irgendwie so am Kopf gekratzt, also ich mache das schon eine ganze Weile mit so LDAP-Directories und so und habe dann natürlich irgendwie auch festgestellt, klar, man macht das normalerweise so nicht, ja, also wirklich so die Einschränkung von Sichtbarkeit ist eigentlich nicht Usus, ja, also alle sind eigentlich happy, wenn sie es schaffen, irgendwie die Maschinen und Systeme überhaupt irgendwie an ihr Active Directory zu klemmen, ja, aber das Problem ist eben, das Grundproblem ist, bei Active Directory, jede Benutzer und jede Maschine sieht quasi alles, ja, so, also bis auf wenige Ausnahmen, da gibt es so ein paar Einträgen mit speziellen Attributen, die sieht man dann nicht, ja, aber in der Regel ist es einfach so, ich habe irgendeine Windows-Maschine übernommen, dann sehe ich im Prinzip die ganze Windows-Domäne, ja, so, und dann kann ich eben auch mit einer hübschen kleinen LDAP-Suche einfach sagen, gib mir mal die Mitglieder der Gruppe SuperDuper-Admins, ja, und dann viele Unternehmen synchronisieren ja noch die Handynummern da rein und dann kann der Angreifer auch von jedem beliebigen mit AD integrierten System eben auch gleich die Handynummern der Admins abfragen und für Social Engineering-Attacken benutzen, ja, so, und das gilt es zu verhindern. So, das heißt, ich habe hier mal so ein paar generelle Security Requirements hingeschrieben, also denen ich versucht habe zu folgen, ja, und die findet man natürlich überall, also egal, wo man in welches, in welche Sicherheitsrichtlinien man reinschaut, ja, es ist immer dasselbe, also Need-to-Know-Prinzip, ganz klar und natürlich nicht mehr Privileg, denn das ist unbedingt erforderlich, also Least-Privilege-Prinzip und dann natürlich auch irgendwie Zuständigkeiten wirklich trennen, ja, so, und das findet man überall, ja, und wenn man sich dann aber reale Implementierungen anguckt, ja, dann setzt das kaum jemand um, ja, so, beziehungsweise wie das in der Regel umgesetzt wird, ist, dass man einfach sagt, naja, also dann hänge ich diese, dann hänge ich diese Systeme mit dem erhöhten Schutzbedarf dann doch nicht an das zentrale AD, sondern ich mache noch ein weiteres Active Directory oder wie auch immer ein anderes geartetes User Management, wie sehr beliebt im Linux-Bereich, ist ja auch Free-EPA oder sowas, aber selbe, selbes Design-Prinzip dort, man kann im Prinzip in dem Datenbestand nicht die Sichtbarkeit auf die Daten eben auf die Systeme einschränken. Und, ja, man macht es eben dadurch, dass man halt mehrere Benutzerverwaltungen dann wieder aufbaut, ja, und die dann wieder typischerweise über ein Meta-Direktorier oder sonst wie Identity-Management-Produkt eben synchronisiert, mehr oder minder gut. Das wollte ich hier genau nicht machen, sondern ich wollte sozusagen ein System schaffen, ja, wo wirklich die alle relevanten Daten in der Datenbank drin sind, ja, insbesondere auch deshalb, weil ich auch ganz konsequent die Pflege dieser Daten eben auch delegieren wollte, ja, ich erkläre das nachher in der Datei. So, und was natürlich auch ganz klar ist, ja, wenn man so ein System macht, dann braucht man auch irgendwelche Audit-Trails, also man muss auch irgendwie nachvollziehen, können, wer hat eigentlich jetzt welche Daten geändert. So, und das Ganze natürlich als Grundlage auch wirklich so für ein bisschen härtere Compliance-Checks, also wirklich auch so, auch zum Beispiel so gesetzlich regulierte Systeme, wo dann tatsächlich einmal pro Jahr jemand vorbeikommt und da genauer drauf guckt. Ja, was verstehe ich unter Secure DevOps, ja, das ist natürlich ein weites Feld, also es ist ziemlich wolkig, also man kann das sehr wolkig anfangen, ja, in diesem Kontext hier, jetzt was Identity und Access Management angeht, verstehe ich darunter halt, dass, wenn Maschinen administriert werden, ja, dass wirklich immer auch wohl definierte Sicherheitsrichtlinien dabei angewendet werden, also eigentlich auf den ganzen Prozess, ja, also, und das umfasst eben insbesondere auch die Zugriffsmöglichkeiten, also wer darf jetzt eigentlich mit irgendeinem beliebten, also mit irgendeinem beliebigen Config-Management-Tool eigentlich irgendwo was hinballern und Maschinen halt umkonfigurieren. Also, respektive mal runtergebrochen, wer darf zum Beispiel auf einer Kiste überhaupt droht werden, ja. Das wird oft sozusagen anhand von Teams so strukturiert, ja, also in Unternehmen, ja, aber man kann das zum Beispiel auch ein bisschen agiler handhaben und zum Beispiel anhand von Projekten, ja, also weil jetzt reden alle so über agil und dann sind die Sachen oft so projektbezogen. Was oft gerne gemacht wird auch, ist, dass man Dinge anhand von Netzwerkgrenzen separiert, ja, das ist auch teilweise auch hilfreich oder so, ja, und diese Inspiration, ja, dass man zum Beispiel auch wieder sagt, oder sagen wir mal, diese Struktur, dass man sagt, naja, da hat sich schon mal jemand was überlegt, dass man eine Infrastrukturzone hat, Frontend-Zonen, Mittelwehr-Zonen, Backend-Zonen, das kann man zum Beispiel auch wieder, oder das sollte sich nach meinem Dafürhalten auch widerspiegeln in den Berechtigungen bei den Zugriffen. Und, ja, dann gibt es halt auch typischerweise in Projekten eben solche Staging, ja, also von der Entwicklung eben, wo man einfach sagt, ja, auch die Entwickler haben da irgendwie volle Kontrolle drüber auf den Spielmaschinen, in denen sie unterwegs sind, ja, dann gibt es halt im Prinzip meinetwegen eine Teststage, wo Entwickler nur noch eingeschränktere Rechte haben, die schon irgendwie so von dem Ops-Team betrieben werden. Und dann gibt es eben im Prinzip Produktionssysteme, wo nur wirklich Ops-Admins zum Beispiel Zugriffe haben. Und all solche Strukturen sollen eben abbildbar sein. Ja, jetzt, ja, agil ist halt auch so ein Schlagwort, ja, irgendwie, also ich bin da, ich sage auch gar nicht, dass ich der Agilitätsexperte bin, ich beobachte nur, dass im Identity und Access Management eben die ganzen Workflows, also diese ganzen Prozesse, wie bekommt jemand überhaupt Zugriff auf ein System, in keinster Weise agil sind. Ja, das heißt also, also insbesondere, ja, natürlich einmal bei dem Onboarding, also Leuten wirklich Rechte beschaffen, ja, aber hinterher sozusagen auch die Rechte wieder wirksam entziehen, ja, also das funktioniert alles überhaupt nicht gut, ja. Und beim Rechte beschaffen ist es noch so, derjenige, der die haben will, der kümmert sich irgendwie drum, dass er irgendwann auch arbeiten kann, ja. Aber wenn jemand ein Unternehmen verlässt, ja, dann ist irgendwie, naja, da müsste man jetzt mal den User-Datenbestand aufräumen und so, das passiert dann in der Regel nicht, ja. Also von daher soll es eben auch, da eben auch wirksame Mechanismen für geben. Und ich habe vorhin schon gesagt, Delegation, also das heißt, anstatt, dass jemand darauf wartet, also, oder sagen wir mal so, der Standard-Workflow ist oft, ich stelle irgendwo ein Ticket, ich brauche irgendwie Zugriff auf dieses und jenes System, ja, und dann sagt irgendwie irgendeine mächtige Proxy-Helpdesk-Rolle, sagt, hm, jetzt brauche ich aber noch die Bestätigung von dem Teamleiter, ja, sozusagen, dass das auch erlaubt wird und so weiter, ja. Dann haben wir schon zwei Leute da drin, der eine, der sagen darf, dass das passieren soll, ja, und der andere, der eigentlich gar nicht weiß, um welche Systeme es eigentlich geht. Eventuell weiß der Teamleiter auch nicht, um welche Systeme es geht, ja, irgendwie, sondern der sagt einfach nur, der soll arbeiten können, ja, und dann passiert es, ja. So, und das finde ich in vielerlei Hinsicht suboptimal, ja, das heißt, optimaler finde ich es, dass jemand, der wirklich es entscheiden kann, es auch gleich selbst tut, ja, weil dann ist es schneller, ja, und er ist sich auch irgendwie vielleicht auch bewusster, auf was es wirkt, was er da jetzt gerade macht, ja, also er schreibt nicht nur irgendwie Eck hin, ja, sondern er muss tatsächlich auch Daten pflegen, die eine Wirkung haben, ja. So, also von daher, keine Workflows. So, und natürlich, wenn man delegiert, administriert, brauche ich im Prinzip feingranulierte Administrationen, also feingranulierte Berechtigungsschemata, ja, irgendwie, um das überhaupt delegieren zu können. Und was ich natürlich auch brauche, sind eben Constraints, idealerweise direkt auf der Datenbank, ja, um halt irgendwie Fehleingaben, inkonsistente Eingaben zu vermeiden. Und wo ich auch immer ein großer Fan bin, wenn sozusagen alle Arten von Schnittstellen, ja, also sowohl zum Beispiel ein Webinterface als auch zum Beispiel der direkte LDAP-Schreibzugriff, ja, wenn da immer dieselben Regeln gelten, ja. So, nochmal ein bisschen so Anti-Patterns, ja, also was ich zum Beispiel nicht mag, sind allmächtige Proxy-Rollen, also Leute, die eigentlich von dem Detail, von der Fachlichkeit überhaupt keine Ahnung haben, ja, aber die Berechtigung haben, es zu tun. Das ist so, Helpdesk-Mitarbeiter, oft schlecht bezahlt, eine Rolle, die man insbesondere bei, sagen wir mal, Systemen mit höherem Schutzbedarf jetzt nicht unbedingt irgendwelche Sachen machen lassen will, ja. Zum Beispiel, ja, also, dann eben langsame Workflows, ja, also hier, der muss auch noch genehmigen und da noch und so und ruckzuck summieren sich die Tage, die man warten muss, bis es dann tatsächlich passiert, ja. Für mich ist auch ein Anti-Pattern, zum Beispiel Personeneinträge, also Personen direkt als Benutzer-Account zu verwenden, ja, weil das dann sozusagen dazu führt, dass die Menschen immer nur genau einen Account haben, ja. Also, das ist eben ein Anti-Pattern eben auch, wieder denselben Account für alles zu verwenden. Huh, ja, das war eigentlich immer das Ziel beim Identity- und Access-Management, ja, zu sagen, wow, ja, ich will ja nur einen Account haben, mit dem greife ich irgendwie meine E-Mail, auf meine E-Mail zu, mit dem greife ich aufs WLAN zu, mit dem administriere ich aber auch den DNS-Server oder sonst irgendwas und da sage ich eben, ist ein bisschen suboptimal, wenn die Leute ihr E-Mail, also das Passwort von dem einen Account eben zum E-Mail-Abruf in ihr Smartphone eindengeln und da abspeichern, ja, dann sollte man nicht denselben Account mit dem selben Passwort zum Umkonfigurieren des zentralen DNS nehmen oder so, ja. So, das heißt, man braucht einen Weg zu sagen, eine Person hat mehrere Accounts für verschiedene Aufgaben mit verschiedenen Sicherheitsstufen. So, was ich auch nicht so mag, ist Passwortsynchronisierung, ja, teilweise mache ich es, ja, aber es ist halt immer irgendwie so ein bisschen, da wird man immer so ein bisschen nervös dabei, weil, ja, man behandelt eben ein Passwort und schreibt es irgendwo hin, ja, da muss man wirklich so die ganzen Berechtigungssachen und so und insbesondere den Account, den man dann verwendet, um auf das Zielsystem zu schreiben, ja, den muss man halt auch super gut schützen, ja, so und das ist eigentlich ziemlich anstrengend, deswegen versuche ich es auch zu vermeiden. So, und was ich auch versuche zu vermeiden, also LDAP-Server, da fragen die Leute mich immer erstmal, oh, das ist ja so eine hierarchische Datenbank und so, ah, und wie strukturieren wir jetzt unser Unternehmen so in die Hierarchie, ja, dass wir das irgendwie alles so schön abbilden können, dann sage ich gar nicht, ja, alles immer möglichst flach, ja, und eben nicht die Berechtigung streng an die Hierarchien zu hängen. Ja, und auch ein Anti-Pattern ist zum Beispiel die Wiederverwendung von Benutzernamen, also das übliche P-Schmidt-Problem, ja, kommt ein Peter Schmidt in das Unternehmen, ja, oder auch eine Petra Schmidt, ja, und dann bekommt er oder sie die Benutzerkennung P-Schmidt. So, und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, je nach Unternehmensgröße, ja, dass es wieder jemanden gibt, ja, so, und insbesondere der schlimmste Fall ist, der erste oder die erste P-Schmidt geht, die Benutzerkennung ist wieder frei, ja, so, und dann bekommt irgendwie die nächste Person, auf die das passt, irgendwie dieselbe Benutzerkennung. Ganz schlecht für Audit-Trails, irgendwie so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann, ja, das heißt, die Wiederverwendung von Benutzernamen oder aber auch zum Beispiel POSIX-IDs, und POSIX-IDs ist absolut zu vermeiden. So, also nochmal kurz Paradigmen, immer explizit ist, immer besser als implizit. Natürlich braucht man für die Berechtigung, also für eine sichere Berechtigung auch eine sichere Authentifizierung. Dann sollen eben mehrere Accounts pro Person benutzbar sein, ja, die sind miteinander verknüpft, also das heißt, ich habe einen Personeneintrag und dann eben mehrere Account-Einträge, so dass ich es auch vernünftig managen kann, und manche IDs sollen eben persistent sein und nie wieder benutzt werden. Und Autorisierungen sollen eben durch Referenzen zwischen Objekten im Prinzip, also beliebigen Referenzen zwischen Objekten entstehen und eben nicht basierend auf einer Hierarchie. Ja, also kommen gleich ein paar Bildchen, wo das klarer wird. So, erstmal, wie sieht so die Systemarchitektur von so einem Ding aus? Ja, also letzten Endes, letzten Endes ist hier das irgendwie einfach irgendein unix-oides System, was administriert werden soll. Hier unten ist eine Linie abgeschnitten, ja, also die greift halt im Prinzip auf ein Directory zu, also via LDAP. Und letzten Endes möchte Admin eben auf diesen unix-oiden Server zugreifen. Ja, und jetzt ist das System halt einmal hier mit Repliken, also mit Read-Only-Repliken integriert. Ja, das heißt, diese rote Linie hier ist mir relativ wichtig. Das heißt, die ganzen mit dem System integrierten Systeme greifen eben nicht direkt auf die beschreibbaren Provider da oben zu, sondern auf Read-Only-Consumer. Ja, und diese Read-Only-Consumer bekommen eben mit Pull-Requests die Daten von den beschreibbaren Providern. Dementsprechend können eben auch die Benutzer selbst zum Beispiel hier über Web-Oberflächen darauf zugreifen, um Daten einmal zu pflegen, wenn sie dazu berechtigt sind, oder zumindest ihr eigenes Passwort neu zu setzen. Genau, und insbesondere ist auch sozusagen LDAP als Protokoll auch die offizielle Bulk-Schnittstelle für Datenpflege. Das heißt, die Leute haben die Erlaubnis, sich selber irgendwelche Tools zu schreiben, irgendwelche Skripte zu schreiben, ja, um halt zum Beispiel viele Daten auf einmal zu manipulieren. Ja, das Ganze muss natürlich hoch verfügbar sein. Also sowas ist typischerweise so eine Replikationstopologie. Das heißt, ich habe hier wieder diese Schicht von diesen beschreibbaren Providern, ja, und dann habe ich eventuell halt Gruppen von Read-Only-Consumern in verschiedenen Rechenzentren. Und jetzt kann man zum Beispiel sehen, man kann da so beliebige Vermaschungen bilden. Also hier kann man zum Beispiel sagen, okay, wenn hier der Atlantik dazwischen liegt, ja, dann mache ich hier oben nur eine Vollvermaschung auf der Provider-Ebene und immer die lokalen Consumer gehen halt ins lokale Rechenzentrum an die Provider. Ja, das ist so ein typisches Setup. So, jetzt habe ich zwar gesagt, keinerlei Hierarchien und so, ja, aber es gibt halt trotzdem eine Baumstruktur in LDAP immer grundsätzlich. Ja, deswegen auch hier auf der obersten Ebene gibt es im Prinzip die sogenannten Zonen, ja. Zonen sind einfach nur Bereiche beliebiger, also beliebige Bereiche delegierter Administration. Das können eben Teams sein, das können Projekte sein, auch ein Mix von alledem, ja. Und davon gibt es jetzt auch mehrere besondere Zonen, zum Beispiel eine Papp-Zone. Das ist wirklich einfach wie der Papp-Ordner auf einem FTP-Server. Alle angeschlossenen Systeme können alle darin enthaltenen Objekte lesen. Dann gibt es eine Zone AE. Das ist eben eine spezielle Zone, weil das System auch mit sich selbst integriert ist. Also von daher ist das die Zone für die Administration von AIDI selbst, von den AIDI-Systemen selbst. Und dann kann man sich noch besondere Zonen machen, wie zum Beispiel irgendwie, wo man Personen und Organisationsdaten zum Beispiel aus einem Personalwesen rein synchronisiert. So, und typischerweise in so einer Zone gibt es eben persönliche User-Accounts. Persönliche User-Accounts sind wirklich Benutzerkonten für Personen, ja. Dann gibt es Benutzergruppen, dann eben Servicegruppen und eben noch Sudo-Regeln. Und auch besondere Benutzergruppen, die zum Beispiel auch wieder für die Delegierte-Administration einer Zone benutzt werden. Also typischerweise, die Zonen-Admin können eben alles innerhalb einer Zone eben beschreiben und verändern. Und die Zonen-Auditoren können innerhalb einer Zone alles lesen. So, und das kann man dann auch ein bisschen weiter runterbrechen. Also man kann eben Hosts anlegen und eben Benutzer-Accounts anlegen für integrierte Systeme. Und bei den Hosts kann man sogar auch noch Netzwerkkonfiguration dran kleben, wenn man das möchte. So, das ist so das volle ER-Diagramm, ja. Und wie ihr seht, seht ihr da gar nichts. Deswegen habe ich mal so einen etwas freundlicheren Auszug davon gemacht. So, also, das zentrale Element sind eigentlich Servicegruppen. Also die Servicegruppen, die modellieren alles, also Mengen von Diensten oder auch zum Beispiel Rechnern, die unter dieselben Sicherheitsrichtlinien fallen sollen. Das ist jetzt die abstrakte Variante. Ich sage jetzt mal ganz konkret, eine Servicegruppe ist zum Beispiel ein geklusterter Service. Ja, also zum Beispiel die AED-Provider selbst sind auch wieder eine Servicegruppe und die AED-Konsumer auch. Die erbringen jeweils einen bestimmten Teil eines Dienstes und deswegen sind die sozusagen geklustert in eine Servicegruppe. So, in dieser Servicegruppe sind eben einmal entweder so Dienste-Konten oder Tool-User oder Service-Accounts oder wie auch immer das nennen wollt, die quasi benutzt werden, um überhaupt Daten abrufen zu können von dem System. Also das heißt, Grundgedanke ist einfach wirklich, diese Systeme hier müssen sich selber hier anmelden, um autorisiert zu werden, überhaupt Daten sehen zu können. Also Benutzer, Benutzergruppen, Sudo-Regeln und so weiter. Also das heißt, jeder dieser Server, und das können auch mal viele sein, also bei dem einen proprietären Vorgänger sind es ungefähr 15.000, die haben alle ein individuelles Passwort. Also eigentlich auch wie Computerkonten in der AD-Domäne. Die haben auch alle ein eigenes Passwort, ein individuelles Passwort. Und wenn man es ordentlich macht, wird es auch ständig gewechselt. So, und auf jeden Fall hier sind im Prinzip die Mitglieder eben der Servicegruppe, sind im Prinzip immer die Tool-Accounts oder zum Beispiel auch die Host-Accounts, die unterscheiden sich so ein bisschen voneinander, die benötigt werden, um überhaupt Benutzerdaten und Gruppen sehen zu können. Und wie kommt jetzt die Sichtbarkeit zustande? Okay, hier diese Tools oder Hosts oder wie auch immer, sind Mitglied in dieser Servicegruppe. Und im einfachsten Fall setzt man hier praktisch einen Link, eine Referenz auf eben eine Benutzergruppe. Noch kurz zur Erläuterung. Was ist eigentlich, also wie ist das strukturierte Bild? Beispiel, das Kästchen ist im Prinzip immer ein Eintrag, es soll einen LDAP-Eintrag repräsentieren. Die Beschriftung innerhalb dieses Kästchens ist die sogenannte strukturelle Objektklasse, also der Typ des Eintrags. Und die Links zwischen den Dingern, das sind einfach Attribute und die enthalten meistens einfach den hierarchischen Distinguished-Nähmen von dem referenzierten Eintrag. So, das heißt, hier habe ich im Prinzip schon mal eine Beziehung, ist quasi Mitglied von der Servicegruppe. Und dann gibt es hier zum Beispiel ein Attribut, das heißt iVisibleGroups. Und das sagt einfach, okay, wenn dieser Link existiert, dann werten die Berechtigungen das so, dass eben einmal die Gruppe sichtbar wird für hier das angeschlossene System und auch deren Mitglieder. Das heißt, damit dieser User für dieses System zum Beispiel sichtbar ist, muss die komplette Referenzenkette über hier praktisch dieses Attribut und den Member eben existieren. Also die muss korrekt gesetzt sein. Und genauso soll zum Beispiel irgendeine bestimmte Gruppe Sudo-Befehle ausführen können. Dann gibt es auch hier wieder eine Sichtbarkeitsregel. Ist die Sudo-Regel überhaupt sichtbar? Und hier dann wieder eine Referenz eben auch auf wieder eine User-Gruppe. So, das ist schon der ganze Mechanismus eigentlich. Und die ganzen Einträge sind halt jeweils in Zonen und können deswegen von den Zonen-Admins tatsächlich völlig autark gepflegt werden. Das heißt, typischerweise ist es so, dass ein Zonen-Admin zu dem übergeordneten AI-Admin kommt und sagt, ich brauche so eine Zone. Und dann sagt er okay und legt ihm einfach so eine leere Zone an und delegiert die einfach an diesen Benutzer. Oder einen neuen Account, den er erstellt. Das heißt, jeder dieser Einträge liegt potenziell auch in unterschiedlichen Zonen. Diese Referenzen, die können auch zonenübergreifend sein. Also es müssen nicht alle sich referenzierenden Einträge innerhalb einer Zone sein, sondern die können in unterschiedlichen Zonen sein. Das heißt, ich kann mit dem Mechanismus mehrere Dinge abbilden. Also diese typische Zusammenarbeit zwischen Dev- und Ops-Teams zum Beispiel. Ich kann zum Beispiel sagen, alles liegt innerhalb einer Zone. Das ist so der sicherste Modus. Das sind Produktionssysteme, die Ops-Leute sagen, hier lassen wir niemand anderes drauf. Das sind zum Beispiel irgendwie Systeme, da gehen Kundendaten durch. Da kann man irgendwie alle E-Mails mitlesen oder sonst irgendwas. Das ist ganz klar abgeschottet. Und dann sagen die, aber wenn jetzt doch mal ein Entwickler für eine Woche drauf muss, dann muss der noch irgendwie separat was unterschreiben und dann kriegt er im Prinzip einen temporären User-Account, auch innerhalb der einen Zone. Der wird noch dran geschrieben, der ist nur gültig bis dann und dann. Dann soll es ein Out-Expiry geben. Sondern dann darf da vielleicht jemand eine Woche lang irgendwas tun. Aber alles innerhalb einer Zone. Die Leute haben alle sozusagen alles unter Kontrolle. So, dann könnte man sagen, es gibt eine abgestufte Zone, also praktisch eine abgestufte Variante. Wenn man einen User anlegt, dann muss man dem auch bei dem Passwort-Reset helfen. Und dann können die Leute sagen, naja gut, aber das will ich jetzt nicht machen. Das heißt, ich mache die erste Abstufung. Ich sage, ich habe immer noch eigene User-Gruppen, eigene Service-Gruppen in meiner Zone. Aber ich referenziere User-Konten aus einer anderen Zone. Das heißt, ich sage, ich kenne den Teamleiter da drüben, der macht das mit der Passwort, der macht das mit der Datenpflege und der Passwort-Rücksetzung macht er ordentlich und so. Dem vertraue ich. Aber trotzdem möchte ich immer noch unter der Kontrolle haben, wer kommt eigentlich in welche Gruppen rein. Also die Gruppenpflege. Oder ich kann sagen, zum Beispiel typischerweise auf Entwicklungssystemen ist mir alles scheißegal. Also der Teamleiter aus dem Entwicklerteam, der darf auch bestimmen, wer sozusagen auf bestimmte Systeme eben darf, indem er die Leute einfach auch in die Benutzergruppen aufnimmt. Und ich referenziere halt einfach hier nur noch von den Service-Gruppen die Benutzergruppen, die aber auch die anderen pflegen. Das heißt, ich habe nochmal die Möglichkeit auch, dass Leute in unterschiedlichen Zonen im Prinzip auf unterschiedliche Arten und Weisen zusammenarbeiten. Also dass die alleine einfach nur durch die Variante, wo ziehe ich im Prinzip die Grenze, wo welche Referenz welche Zone überschreitet. Soweit klar? Ja, dann mach mal. Okay, ich wiederhole mal die Frage. Also was passiert, wenn zum Beispiel irgendjemand, der überhaupt irgendwelche Rechte hat, also muss ja nicht nur ein Teamleiter sein, der Zonen-Admin ist, sondern überhaupt irgendjemand, der irgendwelche Rechte hat, was passiert, wenn der geht? Typischerweise würdest du, also hier oben seht ihr zum Beispiel, deswegen gibt es hier eine Unterscheidung zwischen quasi Tool-Accounts und wirklich persönlichen User-Accounts. Persönliche User-Accounts sind mit einem Personenobjekt verbunden. So typischerweise kann es eben zu einer Person eben mehrere User-Accounts geben. Also hier gibt es eine 1 zu N Beziehung. Und diese Personeneinträge, die werden halt typischerweise mit einem Personalwesen synchronisiert. Das heißt, das muss man dann halt jeweils umgebungsspezifisch anpassen, also je nachdem, was die Leute als Personalwesen haben oder als Datenexport-Schnittstelle oder sowas. Das heißt, wird die Person zum Beispiel deaktiviert, weil sie eben das Unternehmen verlassen hat, wird auch automatisch, schlägt dann zwei Minuten später einen Grundjob zu, der auch alle angeschlossenen persönlichen User-Accounts deaktiviert. Neu beantragen. Immer neu beantragen. Also irgendwas klonen ist übrigens, ach du, das habe ich vergessen, auf meiner Anti-Pattern, auf dem Anti-Pattern-Slide. Also irgendwas klonen und so, oder irgendwas übernehmen oder so, ist ein totales Anti-Pattern. Irgendwie, das kriegst du nie in den Griff. Das heißt, sämtliche Rechte, das ist immer so das Vorgehen, sämtliche Rechte müssen einzeln neu beantragt werden. Sonst kommst du nämlich unter in Teufelsküche. Naja, also okay, noch eine Sache. Dieses Ding hier, das dient auch dazu, das Azubi-Problem zu lösen. Also Azubis sind nämlich, nachdem sie ihre Ausbildung durch haben, die mächtigsten Benutzer im ganzen Unternehmen, weil sie nämlich ständig weitere Rechte akkumulieren. Und es ist nämlich so, das ist nämlich genau eines der Probleme bei diesem Ein-Account-pro-Person-Ansatz. Das Problem ist, dass wenn ein Azubi oder auch jemand anderes, aber bei Azubis passiert es halt regelmäßig und häufig, wenn jemand die Abteilung wechselt, dann muss man den Abteilungswechsel detektieren und man muss dann sozusagen Rechte wieder entziehen und die Rechte müssen eigentlich für die neue Rolle in der neuen Abteilung, müssen neu beantragt werden. So, und deswegen ein Teamleiter, der würde einfach einem Azubi sagen, okay, ich weiß, der ist drei Monate bei mir, vom 1. bis zum 31. irgendwas. Das heißt, ich lege dem praktisch einen persönlichen User-Account in meiner Zone an, schreibe da dran, 31. 10. jetzt zum Beispiel ist Ende Gelände, dann verlässt der mein Team wieder und versieht das mit Auto-Expiring, dann geht das in der nächsten Abteilung, das ganze Spiel wieder von vorne los. Das heißt, bei Azubis würdest du hier im Prinzip drei Monate gültige Wegwerf-Accounts erzeugen. Also ganz strikt. Alles andere, alles andere ist Teufelsküche. So, nochmal kurz zusammenfassen, was gibt es da überhaupt für Rollen? Also die AI-Admins sind wirklich die, die sozusagen das ganze System administrieren, die dürfen sich typischerweise eben auch auf die AI-Diaserver selber einloggen. Also wird eigentlich nochmal ein bisschen unterschieden zwischen AI-Admins und AI-Sys-Admins, aber im Wesentlichen ist es das. Also sie dürfen halt praktisch alle Daten auch an manchen Regeln vorbei im Prinzip ändern, wenn sie irgendwas reparieren müssen. Kommt in der Regel nicht vor, dass sie was reparieren müssen. Sie sollen aber sich aus dem täglichen Datenpflegegeschäft raushalten. Also ihr erinnert euch, vorhin habe ich gesagt, ich will keine supermächtigen Proxy-Rollen haben, also keine so Helpdesk-Rolle, die irgendwie alles darf und die dann aber auch die tägliche Arbeit macht. Nee, das sollen die gerade nicht tun. Ja, das heißt, das Einzige, was die bei der täglichen Datenpflege macht, ist neue Zonen anlegen. Fertig. Und so ein bisschen natürlich überprüfen, ob alles in Ordnung ist. So, und dann gibt es die AI-Auditoren. Das ist halt die Auditorenrolle für Wirtschaftsprüfer, sonstige Auditoren, die in einem Unternehmen eben aufschlagen und irgendwie komplette Reports erstellen wollen. So, und dann gibt es eben für die tägliche Datenpflege die Zonen-Admins. Die dürfen eben schreiben, genau in den Zonen, für die sie Zonen-Admins sind. Die Zonen-Auditoren, die dürfen eben alles in Zonen lesen. Typischerweise können sich zum Beispiel auch Leute, also gerade, wenn die Referenzen zwischen den Objekten zonenübergreifend sind, nehmen die Leute sich quasi wechselseitig als Zonen-Auditoren auf. Also quasi ein Dev-Teamleiter nimmt typischerweise die Ops-Leute als Auditoren in seiner eigenen Teamzone auf. Und eben die Ops-Leute ermöglichen zum Beispiel den Lesezugriff dem Teamleiter bei den Entwicklern. So, dass die auch Fehler finden können in den Beziehungen. So, dann gibt es noch eine Rolle Setup-Admin. Setup-Admin sind im Prinzip die, die quasi eigentlich ein Cluster erweitern können. Also die können im Prinzip innerhalb einer Servicegruppe neue Hosts oder Services anlegen und die mit dem Passwort versehen. Die Zonen-Admin-Accounts, die sollen typischerweise eben gerade nicht, also auch wieder, auch wieder so Security-Best-Practice, die Zonen-Admin-Accounts sollen eben gerade nicht zum Beispiel für die Administration von Systemen verwendet werden. Das kann man natürlich zentral nicht durchsetzen in dem Sinne, aber es gibt so ein paar Regeln, dass zum Beispiel eben die Zonen-Admins gerade eben nicht in irgendwelche Gruppen aufgenommen werden können, die zum Beispiel Login-Rechter auf irgendwelchen Zielsystemen haben. Also das ist sozusagen eine strikte Trennung, weil Zonen-Admins, die können halt innerhalb einer Zone sehr viel. Also das ist schon auch eine relativ mächtige Rolle. Teilweise ja, aber ich meine, du kannst nicht verhindern, dass sich jemand irgendwie ganz mutwillig sozusagen ins Knie schießt. Aber das können wir nachher im Detail besprechen. Okay, natürlich, die Benutzer können einfach quasi zur Datenschutzauskunft, können sie natürlich ihre eigenen Einträge lesen und auch die, in welchen Gruppen sie sind. Und natürlich können sie ihr eigenes Passwort setzen. Das müssen sie natürlich können. Okay, wer hat sich eigentlich schon mal mit LDAP-Servern rumgeschlagen von euch? Okay, also das da oben ist, glaube ich, relativ berühmt berüchtigt, wenn man das schon mal getan hat. Irgendwie, also gerade so Dinge wie Gruppenschema da. Huh, verwende ich jetzt RFC 2307 oder RFC 2307 bis. Irgendwie, das sind so verschiedene Gruppenschemata. Mein Ziel war, all diesen ganzen Wust den Leuten im Prinzip abzunehmen und einfach zu sagen, hey, was auch immer da draußen irgendein LDAP-Client haben will, ich liefere ihn aus. Das bedeutet, dass ich zwar proprietäre Schemata habe, die beginnen alle mit den beiden Buchstaben AE, also sämtliche Objektklassen, Attributtypen, die proprietär sind innerhalb des Systems, beginnen mit diesem Präfix. Aber diese ganzen Objektklassen und Attributtypen werden in den Client-Konfigurationen eben gerade nicht verwendet. Also das heißt, nach außen ist das Ding praktisch ein Standard-LDAP. Und egal welches Gruppenschema die Leute haben wollen, durch so eine hybride Objektklasse kann ich eben sozusagen sowohl das Member-Attribut als auch das Member-UID-Attribut sozusagen ausliefern. Und Constraints sorgen dafür, dass die Wertemengen in sich konsistent sind. Also wer hat sich damit schon rumgeschlagen hier? Genau. Also das kann man eigentlich ganz einfach lösen mit so hybriden Objektklassen. Also das ist einfach Mehrfachvererbung von den passenden Basisklassen. So, und auch ein beliebtes Problem ist, dass die Standard-Objektklasse Group of Names keine leeren Klasse. Das kann man aber auch lösen und das ist da drin auch gelöst. So, dann nochmal ganz wichtig, also um überhaupt eine vernünftige, sichere Autorisierung machen zu können, müssen die jeweiligen beteiligten Entitäten wirklich eindeutige IDs bekommen. und das sieht man ja noch relativ schnell ein bei Benutzerkennungen oder eben auch bei POSIX UID und POSIX GID von Gruppen und so weiter. Aber es gibt eigentlich noch ein paar andere interessante Sachen. Nämlich ist es ziemlich praktisch, Unique Constraints auch durchzusetzen auf zum Beispiel Namen von Gruppen natürlich, weil die können ja immer global auch referenziert werden, also einmal natürlich die Namen, aber zum Beispiel auch auf den FQDNs von Hosts. So, wir erinnern uns, eben Host-Objekte sozusagen werden wirklich richtig eingetragen und bekommen ein Passwort. So, und deswegen klebt an diesen Host-Objekten eben auch wieder ein Host-Name, der eindeutig ist und dann kann ich aber auch noch weiter Netzwerk-Device Einträge anlegen und damit kann man ziemlich coole Sachen machen, weil wenn ich zum Beispiel sage, ich hinterlege hier einen Trippel von FQDN und MAC-Adresse, jemand fängt einfach an, selber zu administrieren und sagt, ja, der hat jetzt die und die IP-Adresse mit dem und dem DNS-Namen. Wenn er der erste ist, dann gehört ihm ab dann autoritativ dieser DNS-Name. Ja, jetzt vergleicht das kurz mit, ihr pflegt einfach im DNS, ja, also das DNS setzt eben keinerlei Unit-Constraints durch, ja, aber wenn ihr im Prinzip hier die Netzwerkdaten einpflegt, dann habt ihr sogar von Systemen und ihren Netzwerkdaten, zum Beispiel wie in einer MAC-Adresse, einen eindeutigen Bezug über die ganze Referenzenkette, wir gehen da mal kurz noch zurück, also hier, wenn hier eine MAC-Adresse drinsteht, ja, kann ich praktisch über diese Referenzenkette festlegen, welcher User darf sich zum Beispiel auf, ähm, bei zum Beispiel Network Access Control mit 802.1x da eigentlich sozusagen authentifizieren, ja. So, oder auch so ein Thema, also eins meiner Themen ist eben auch PKI, ja, und dann sagen die Leute immer, ja, Michael, wir brauchen jetzt eine PKI und wir wollen Serverzertifikate ausstellen und dann sage ich, ja, okay, wie legt ihr denn fest, wer für welchen DNS-Namen ein Zertifikat beantragen darf? Und dann geht's los, ja, dann geht's los, also, ja, also, und, naja, aber, also, dann kann man auch irgendwie sagen, ja, der, der den DNS-Eintrag macht, aber die wollen das dann meistens gar nicht sein, ja, also, oder die sind auch nicht diejenigen, die zum Beispiel den Server administrieren und da eigentlich Schlüsselmaterial tauschen können, ja, und so, und deswegen braucht man eigentlich Berechtigung, ja, in so einer PKI und dann ist es irgendwie ziemlich cool, wenn man zum Beispiel sagen kann, naja, okay, ich kenne hier den Host-Namen, ich kenne den FQDN, also habe ich hier die Referenzenkette über hier sozusagen das spezielle, spezielle Attribut AE-Setup-Groups, das sind genau eben diese Setup-Admins, dann kann ich sagen, die Rolle Setup-Admins in dieser Service-Group darf natürlich in einer PKI dann ein Zertifikat für diesen Namen ausgestellt bekommen, weil das ist typischerweise derjenige, der den Server eben administriert. So, das sind dann so Nebeneffekte, also neben der eigentlichen Aufgabe, ein Identity- und Access-Management bereitzustellen, kann man eben sagen, okay, wenn ich da ordentlich gepflegte Daten drin habe, dann kann ich auch noch ein paar andere Dinge damit tun und alles immer im Rahmen dieser delegierten Datenpflege. Okay, wie wird das Ganze installiert? Also, es gibt eben ein freies Software-Projekt auf einer Webseite und die Installation erfolgt eben über eine Ansible-Rolle, also es gibt eben Ansible-Rolle und Ansible-Playbooks und ihr klont euch das im Prinzip einmal die Rollen, einmal im Prinzip schon so ein Beispiel-Seitverzeichnis. Ihr schreibt dann da, wer kennt sich so mit Ansible aus? Also, knapp die Hälfte. Im Prinzip gibt es in Ansible so ein Inventory, da sagt man einfach, es gibt diese und jene Host-Gruppen, die haben diese und jene FQDNs und letzten Endes parametrisiert man über dieses ganze Inventory schon die komplette Installation. Das heißt, man muss dann natürlich noch Server-Zertifikate ausstellen und so weiter, aber letzten Endes, wenn man das Ding hochzieht, kriegt man quasi so eine komplett vermaschte Replikationstopologie. Also, das macht alles eine Ansible-Rolle. Das ist im Prinzip, das sind die Defaults dieser Ansible-Rollen, das sollte man sich echt durchlesen, also die Kommentare, die da dran stehen, damit man so ein bisschen versteht, was man da parametrisieren kann. Das Schöne an dem Ansible ist es tatsächlich, dass man, also die Rollenfunktionen funktionieren relativ gut jetzt. Also, das war natürlich auch eine längere Historie, weil ich habe damit auch Ansible gelernt quasi, aber inzwischen funktioniert das relativ gut. Also, das heißt, man verbaselt irgendwas, man macht irgendwas kaputt und solange man noch irgendwie an die Maschinen rankommt, korrigiert sozusagen das Ansible dann die Dinge wieder hin. Und das funktioniert relativ gut. so, ihr werdet eventuell schon gemerkt haben, dass mir Sicherheitsaspekte relativ wichtig sind. Deswegen gibt es noch so ein paar andere Goodies und zwar versuche ich wirklich auch, also einmal natürlich soll alles eben sichere Default-Werte haben. Ja, also das heißt, wenn man das Ding irgendwie hochzieht, dann ist da nicht irgendwie irgendwas offen, was nicht offen sein soll, ja, oder irgendwie so sehr, sehr breit aufgemacht oder sowas, ja, irgendwie. Das führt dazu, dass man tatsächlich irgendwie IP-Netze irgendwo eintragen muss in den Ansible-Variablen, ja, um praktisch irgendwie zum Beispiel auf die Web-Applikationen eben Zugriff zu bekommen. Also man muss sich bewusst entscheiden, will ich damit sagen. Und natürlich ist das System mit sich selbst integriert, eben in dieser speziellen Zone AE. Ferner sind diese ganzen Prozesse auch immer separiert. Das heißt, die laufen wirklich als separate System-D-Units, als separate Service-Accounts quasi, ja, und kommunizieren miteinander über Unix-Domain-Sockets typischerweise. Das Kommunizieren über Unix-Domain-Sockets, also ich weiß nicht, wer das kennt, also LDAP über IPC, also über Unix-Domain-Sockets zum Beispiel. Da kann man zum Beispiel sagen, der Service-Account A greift auf den LDAP-Server zu und der LDAP-Server mappt den dann automatisch auf intern, auf eine LDAP-Entität quasi, ja, ohne dass der sich im Prinzip mit dem Passwort authentifizieren muss. Das geht über die sogenannten Unix-Peer-Credentials. Vielleicht kennt das auch jemand von MySQL und PostgreSQL-Datenbanken, ja, also praktisch, man erlaubt einem Prozess, einfach, weil er eben unter einem bestimmten Linux-Benutzer läuft, ja, erlaubt man zum Beispiel den Zugriff auf Datenbanken und das geht eben bei OpenLDAP ganz genauso. So, dann gibt es eben, ähm, also Systemd, da haben wir alle so ein bisschen gespaltenes Verhältnis dazu, ich auch, ja, aber es gibt tatsächlich ein paar, auch gute Features von Systemd, ja, es gibt so verschiedene Optionen, wie Systemd im Prinzip einen Prozess schon wieder einsperren kann, zum Beispiel in Namespaces und mit Z-Groups versehen und so weiter, also gibt es auch einen separaten Vortrag von mir dazu, also ohne, dass ich mich da als Experten bezeichnen würde, aber es ist ziemlich cool, mal in der Mainpage nachzugucken, nach allem, was zum Beispiel mit Protect anfängt, ja, das ist schon mal sehr gut. Dann ferner, wenn auf dem, wenn auf dem System ein App-Armor initialisiert ist und läuft, ja, dann installieren die Ansible-Rollen automatisch auch App-Armor-Profile für die, also für alle Dienste, ja, was übrigens erstaunlich wenig Arbeit war, also ich hätte irgendwie erwartet, dass es viel mehr ist, ja, irgendwie, aber auf jeden Fall sind die praktisch alle confined, also alle Dienste, die ihr vorhin in dem Architekturschaubild gesehen habt, haben individuelle App-Armor-Profile. Ja, und dann gibt es halt im Prinzip auch noch Zwei-Faktor-Authentisierungen basierend auf YubiKey, also eigentlich Standard OAF-HOTP-Verfahren, ja, irgendwie, das was zum, und die YubiKeys werden eben genau auf dieses Verfahren dann programmiert. Das heißt, das ist aber auch wieder ein separater Vortrag, das heißt, ihr könnt direkt das Elder-Bind zusätzlich mit einem zweiten Faktor versehen. Das funktioniert auch ganz, also recht stabil. ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ein Anwendungsfall, der da auch noch aufgetaucht war, war sowas wie ein SSH-Proxy. Das heißt, Leute kommen um die Ecke und sagen, ja, das ist eigentlich schlecht, dass die Leute immer irgendwie direkt von ihrer Admin-Workstation auf bestimmte Systeme bekommen. Typischerweise Systeme, irgendwelche Legacy-Systeme, die man überhaupt nicht an irgendein User-Management anflanschen kann. Also es gibt zum Beispiel so Sachen wie Hardware-Security-Modules, NTP-Appliances, irgendwelche ominösen proprietären Geräte, die so in den 19-Zoll-Schrank geschraubt werden und dann so mäßig gut administriert werden. Ah, hast du noch das Passwort von dem und so? Ja, ich gehe. Also typischerweise werden auf solchen Systemen eben auch die Passwörter nie getauscht. Ja, das heißt eben gerade, wenn sich die personelle Zusammensetzung ändert, ja, irgendwie sind solche Systeme halt immer ein Risiko. Ja, das heißt, was gefordert war oder, na gut, das war dann auch mein eigener Ehrgeiz, war im Prinzip einen autorisierenden SSH-Proxy zu bauen. Das heißt, wenn ich oben in dem A-E-Dier im Prinzip die Relation schon drin habe über diese ganzen Referenzenkette, die Relation dieser User darf auf dieses Zielsystem zugreifen, dann möchte ich die auch benutzen. Das heißt, ich pflege hier oben die Daten einfach so, als wäre dieses Zielsystem mit A-E-Dier tatsächlich integriert. Und da ich dann aber sozusagen nicht direkt hier das durchsetzen kann, schalte ich eben einen SSH-Proxy davor. Das heißt, ich lasse hier an der Stelle Firewall-technisch oder eben über IP-Zugriffsbeschränkungen hier nur noch SSH-Zugriffe von eben diesem SSH-Proxy zu. Und dann geht das Spiel eben so, der Benutzer möchte sich mit irgendeiner Legacy-Kennung auf dieses Ziel anmelden, also benutzt er, macht er praktisch eine SSH-Verbindung hier zu dem Proxy auf mit der Proxy-Command-Direktive. Und bei dieser Anmeldung hier benutzt er im Prinzip seine A-E-Dier User-ID. Das heißt, das ist genau die Kennung, die er benutzen würde, wenn das Zielsystem mit A-E-Dier integriert wäre. So, und dann gibt es hier einfach ein kleines Wrapper-Skript und das ist total simpel und das fragt hier so einen kleinen Check-Demon und dieser Check-Demon wertet genau diese Relation aus. Huh, da kommt jetzt dieser Benutzer mit dieser Kennung. Dürfte der denn auf dieses System zugreifen? Ja, so, und wenn da eben OK zurückkommt, dann schaltet er einfach mit Netcat ein TCP-Relay durch. Ganz simpel, ganz low-tech. Proxy-Command, das ist so eine kleinen Direktive. Also, guck einfach in der SSH-Config-Manpage nach, nach dieser Direktive, das Proxy-Command. So, das ist irgendwie auch cool und insbesondere bei der Einführung von der Zwei-Faktor-Authentisierung dann war es dann schon so, dass man einfach gesagt hat, okay, jetzt müssen alle hier rüber, also egal, ob das Ding da hinten Legacy oder ein normales System ist, ja, und dann macht man hier vorne eben praktisch die Zwei-Faktor-Authentisierung und dann können die Leute durch das Gateway durch, wie gehabt, zum Beispiel mit Ansible oder irgendwelchen anderen Bulk-Administration-Tools, ohne sich immer wieder neu authentifizieren zu müssen mit der Zwei-Faktor-Authentisierung. So, haben wir noch Zeit? Wollt ihr noch? Okay, also, das ganze System ist relativ CPU-anstrengend, weil die Clients sind mit Absicht dumm konfiguriert, das heißt, in den Clients ist nicht einprogrammiert, ja, jetzt Filter, aber den Benutzerdatenbestand wirklich genau nach den nach den Gruppen oder sonst irgendwas, ja, sondern in SQL-Sprech würde man sagen, da steht drin From Table Select Stern, also gib mir mal alles, was ich sehen darf, ja, bedeutet natürlich bei all diesen ganzen Abgleichzugriffen, also wie gesagt, der eine Kunde hat damit irgendwie 15.000 Maschinen, ja, passiert im Prinzip ständig das Auswerten von sehr aufwendigen ACLs, ja, so, und das war einer der Gründe, also, das war jetzt mein letztjähriger Beitrag zum Umweltschutz, ja, sozusagen den Stromverbrauch da massiv zu drosseln, indem ich eben einen eigenen NSS-PAM-Demon geschrieben habe, ja, der eben die Daten kennt, ja, also den muss man eben nicht konfigurieren, sondern der findet selber raus, was Sache ist für sein System, ja, das geht eben mit generischen Systemen eben nicht, also man müsste zum Beispiel in einem, kennt jemand SSSD und so, also die, also das ist eben so die Standardkomponente inzwischen von Red Hat vornehmlich entwickelt, ja, um eben NSS-Dienste und PAM-Dienste lokal anzubieten, ja, und die haben dann auch wieder so Backend-Mechanismen, also das heißt, man könnte auch theoretisch ein SSSD-Backend schreiben, ja, um praktisch irgendwie solche Filterungen selber zu machen, also die haben zum Beispiel auch für ihr Free-EPA haben sie auch praktisch dieses H-Back, dieses IPA H-Back-Backend, ja, wo sie auch wieder ihre eigenen Access-Control-Rules auswerten, ja, so, aber bevor ich irgendwie ein SSSD-Backend schreibe und das Ganze dann nur unter Linux läuft, habe ich mir im Prinzip den Python-Code angeguckt, den der, den der Autor des NSS-PAM-LDAPD freundlicherweise mal geschrieben hat, der hat nämlich seinen NSS-PAM-LDAPD nochmal komplett in Python geschrieben gehabt, ja, so, und das habe ich dann sozusagen als Vorlage genommen, ja, irgendwie so ein Ding selber zu bauen, ja, und das ist eigentlich auch, das ist viel schlanker und macht eben genau das sozusagen und, und kann auch den ganzen Prüfungsquatsch und so, den, den alle anderen machen müssen, weil sie eben mit beliebigen Rotz von Daten zurechtkommen müssen, einfach weglassen, weil die Daten, die AED liefert, sind halt durch diese ganzen Constraints einfach perfekt, also man kann da sozusagen nicht einfach irgendwelchen Rotz rein pflegen, ja, sondern man läuft dann da immer irgendwie auf irgendein Constraint drauf, wenn man halt eine nicht existierende Gruppe oder nicht mehr aktive Gruppe referenziert oder sowas, ja, so, so, das eine ist im Prinzip einmal CPU sparen, ja, dadurch, dass man einfach weiß, wie man suchen muss, also ich kann dann einfach sagen, ja, okay, ich weiß, sichtbar sind bei mir eben die Gruppen so und so, also kann ich mir im Prinzip die User auch genau gemäß dieser Gruppen eben filtern und das nächste Thema, was eben auch sehr wichtig ist, wenn man zum Beispiel Server automatisiert hochfahren will, ja, also Server automatisiert im großen Stil dutzendweise sozusagen installieren und konfigurieren will, dann ist natürlich dieser, dieser Schritt jedem Server ein eigenes Passwort zu geben für die Admins relativ anstrengend, ja, also das, das mögen die jetzt nicht unbedingt, ja, so, deswegen gibt es im Prinzip bei dem AI Hostee auch so einen Enrollment-Prozess, wo ich im Prinzip ein Pseudo-SSH-Login mache mit so einem generischen User und dann baller ich dem das Host-Passwort drauf, der checkt das gegen das eigene Host-Passwort und schreibt es dann in die Config. Ja, das ist letzten Endes so, also erstmal ist es sozusagen einfach, der bindet sich als der, oder als ein Host zum Beispiel, ja, dann guckt er in seinen Service-Gruppeneintrag, guckt sich genau hier eben an, welche sind eigentlich visible und dann macht er praktisch einen Member-Of-Filter auf die User-Accounts sozusagen mit der Vereinigungsmenge dieser Gruppen. Achso, also er macht eine Rückfrage des aktuellen Status bei einem Naja, der meldet sich erstmal an und dann sagt er, wer bin ich denn, ja, sozusagen, und in welcher Service-Gruppe bin ich und dann Caching. Ne, das ist jetzt mal unabhängig davon, der cached auch, ja, sozusagen, aber einfach die Art und Weise, wie der herausfindet, sozusagen, welche Benutzer und welche Gruppen sind denn bei mir sichtbar, ja, das macht er einfach durch Abfragen. Und ich muss ihn aber nicht konfigurieren, weil das Ding halt die Daten kennt. Ja, das heißt, das Einzige, was ich konfigurieren muss, ist eben hier einfach nur Bind-DN und Passwort. Aber, wenn er cached, wie erfährt er dann Veränderungen? Einfach Polling, Low-Tech, alle fünf Minuten oder Refresh-Time. Das ist genau das, ja, also, deswegen muss man es ja effizient machen. So, und des Weiteren hat das Ding so ein paar Eigenschaften, ja, zum Beispiel wirklich ein kleinseitiges Load-Balancing zu machen, basierend auf dem Hash von dem eigenen Host-Namen, ja, und dann zum Beispiel eben auch LDAP-Zugriffe immer nicht genau zeitgetaktet zu machen, ja, sondern immer mit so einem Jitter, ja, also irgendwie zu sagen, aha, ich habe eine Refresh-Time, aber dann habe ich ja im Prinzip noch irgendwie zwei, drei Sekunden Jitter und dann laufen die auch auseinander, also selbst wenn der, selbst wenn ein Admin vorher mit Cluster-SSH irgendwie schön synchron irgendwie den Dienst irgendwie überall durchgestartet hat, dann ist es nur am Anfang so, ja, dann laufen die hinterher sozusagen auch wieder zeitlich auseinander, ja, dann hat das auch so ein paar bessere Features, wie man zum Beispiel viele LDAP-Repliken angeben kann, wie der dann wirklich Failover macht und so weiter und so fort, also so ein paar Sachen, die mir bei SSD halt fehlten, wenn man halt viele Systeme einfach hat und viele Repliken. So, und insbesondere war ich dann auch irgendwie ein bisschen müde, zum Beispiel die SSD-Leute nach einem bestimmten Feature zu fragen und deswegen habe ich das dann auch einfach eingebaut. Okay, also irgendwie bessere Performance und so weiter, kleinzeitiges Low-Balance, steht da alles, Enrollment Automation mit diesem Pseudo-SSH-Login und, naja, es ist halt einfach von allem weniger, ja, weil es einfach weiß, was es sozusagen an Daten erwartet. Also insbesondere hat man jetzt auch keine riesen Abhängigkeiten mehr drauf auf irgendwelche Samba-Libraries wie der SSSD oder sowas, ja. So, und die Architektur ist aber ähnlich, ja, es gibt im Prinzip so NSS- und PEM-Frontend-Module, ja, da benutze ich einfach genau die von dem NSS-PEM-LDAP-D, ja, die werden einfach mit einem anderen Namen kompiliert, da gibt es freundlicherweise eine Configure-Option, sodass es da auch wieder nicht irgendwie eine Kollision gibt mit irgendwelchen anderen Installationen. Dann hat das Ding einfach intern so ein Cache, ja, also eigentlich im Prinzip ein In-Memory-Dictionary für eben die Pass-PD, die Group-Map und auch, wenn man möchte, die Host-Map. Dann werden Sudoas-Regeln werden eben nicht hier aus dem Cache ausgeliefert, sondern da wird tatsächlich eine Sudoas-Datei im Prinzip generiert, exportiert, ja, und dann über einen privilegierten Prozess eben ins Verzeichnis etc. Sudoas-D geschrieben. Ja, also alles ziemlich Low-Tech, also auch mit Absicht, ja. So, dann gibt es noch so ein paar spezifische Features, ja. Genauso wie Free-EPA ist der Default, dass im Prinzip jeder User-Account und jede Gruppe jeweils eine eigene GID bekommen, ja, also, das heißt, die primären GIDs der Benutzer sind alle immer unique, ja, aber für diese GID gibt es im Prinzip keinen separaten Gruppeneintrag in den Directory, ja. Free-EPA macht das zum Beispiel anders, ja, also die, die haben so ein Compat-Tree, ja, und synchronisieren da im Prinzip so, also wirklich Gruppenobjekte in diesen Compat-Tree, um das abzubilden, ja. und das brauchen wir aber eigentlich nicht, ja, und was ich aber hier einfach mache, dass ich für jede primäre GID eines Benutzereintrags auch nochmal in der Gruppen-Map einfach in meinem Dictionary ein Objekt anlege, ja. Und dann gibt es eben auch nochmal Role-Groups für genau diese Sachen wie Setup-Admins, ja, und Login-Groups und so, die werden im Prinzip auch nochmal auf so virtuelle Gruppen in der Gruppen-Map abgebildet, ja, ich kann das mal kurz zeigen, kann ich das zeigen? So, das ist jetzt mal, na, so, also hier sieht man so die virtuellen Gruppen von den, von den einzelnen User-GIDs, ja, das sind im Prinzip die virtuellen Gruppen und, äh, und dann sieht man, ja, wo habe ich das? Ja, machen wir mal so. Ja, genau. Und da sieht man jetzt zum Beispiel die Rollengruppen, ja, das sind im Prinzip die Vereinigungsmengen jeweils der, der referenzierten Gruppen, zum Beispiel von den Setup-Admins, ja, und da kann ich dann auch wieder was machen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich habe sowieso nur eine Sudo-Regel, die einfach su-root erlaubt, ja, für eine bestimmte Gruppe, dann kann ich auch sagen, naja, dann mache ich einfach mir hier eine lokale Konfiguration, die einfach su- erlaubt für genau diese Gruppe, ja, das ist derselbe Effekt und ich habe nicht dieses Sudo-Monster an der Backe, ja, also hat immer alles Vor- und Nachteile, ja, aber solche Sachen kann man dann eben abbilden. Oder eben auch genau diese, wer darf eigentlich Logs lesen, welche Gruppen dürfen Logs lesen, ja, das ist auch typischerweise, machen die Leute so Sudo-Regeln, so, um auf Valog, Messages oder sonst irgendwas zugreifen zu können, irgendwie eine ganz schlechte Idee, also dazu sind eigentlich der Teil Ownership und Permissions da, ja, und, und das, damit kann man das dann relativ leicht machen. So, Authorized Keys werden auch runter synchronisiert, ja, und dann gibt es eben noch sowas wie ein LDAP Session Tracking Control, ja, da kann ich sozusagen hinterher sogar in den LDAP-Blocks lesen, von welcher IP-Adresse kam zum Beispiel der SSH-Client, wenn er einen Sulu gemacht hat und, und dann den Bind-Request für die Passwort-Prüfung reingesendet hat, ja, das ist auch sehr schön. Das war so ein Feature-Request an SSSD, aber sie haben nicht verstanden, warum ich es wollte. Also das Einzige, was sich in dem Ticket ändert, ist im Prinzip seit mehreren Jahren, dass wir immer den Milestone hochsetzen. Ja, okay, also, ja, also Sicherheit ist schon möglich, ist natürlich anstrengend, das ist Arbeit, in der Ecke habe ich euch versucht, die Arbeit abzunehmen, falls ihr euch dafür interessiert, man braucht am Anfang, am Anfang ist es relativ erklärungsbedürftig, ja, ein Kunde hat irgendwie so gemeint, der eine, der das betreut, hat gemeint, ah Michael, seitdem du weg bist und ich muss es jetzt anderen erklären, habe ich es viel besser verstanden, ja, irgendwie, und es ist echt genial, ja, und, naja gut, also, aber es ist, also man muss sich so ein bisschen mit befassen, ja, und man braucht natürlich, wenn man so ein Projekt wirklich einführen will, so ein bisschen das Management, um auch Budget freizuschalten und die Leute halt irgendwie dazu zu motivieren, es auch wirklich zu tun, ja, und für mich ist halt auch etwas, was ich immer wieder so erlebe, also ich entwickle das System ja noch weiter, ja, alle Ideen, die ich so habe, ja, da muss ich immer sehr stark darauf aufpassen, also es ist jetzt, dass ich quasi ursprünglich mal gemachte Versprechen eben hinterher nicht durch eine Änderung wieder breche, ja, also das heißt, diese Paradigmen, die ich ganz am Anfang hingeschrieben habe, also das ist, das ist im Prinzip der Filter, den jede Idee durchlaufen muss auf eine sehr harte Art und Weise, ja, bevor ich dann irgendetwas tue, ja, so, und, naja, von 20 Ideen macht es vielleicht eine, ja, so, also, okay, da gibt es das alles, ja, irgendwie, und da gibt es auch ein, da gibt es auch ein Online-Demo, da könnt ihr direkt drin rumklicken, das ist so eine kleine VM, also ein einzelner Provider, ja, und unten ist die, das Projekt, was die Zwei-Faktor-Authanasierung da direkt in LDAP implementiert, genau, und dann sind wir jetzt so bei Fragen und Antworten angekommen. Applaus Man macht ja für so ein System, wenn man es dann implementiert, oder die Pleut, eine Planung, ja, wer soll was können, achso, man macht, okay, man macht ja für so ein System, wenn man es beim Kunden oder im Vorort installiert, auch eine Planung, wer soll was können, man setzt Regeln auf, man plant Gruppen und so weiter, das heißt, man setzt das Ganze erst mal auf Papier, oder von mir aus Textdokument, Textdokument, kann das System in seiner Konfiguration nachher im Einsatz von diesem Entwurf abweichen? Naja, also ich habe ja das Passwort agil benutzt, das heißt, also du planst nicht dein ganzes Unternehmen durch, ja, also speziell, wenn du jetzt halt verschiedene Teams hast und verschiedene Projekte, es lebt ja immer irgendwas, ja, es werden auch, es werden auch Zuständigkeiten hin und her verschoben und sonst irgendwas, ja, das heißt, das heißt, die Veränderung ist eigentlich der Regelbetrieb, ja, also das heißt, du, also, es ist tatsächlich, also deswegen auch dieses Passwort agil, ja, also du fängst eigentlich an, Daten zu pflegen, du wirst garantiert Dinge falsch machen, das heißt, du musst irgendwie Sachen umstrukturieren, ja, das ist spätestens bei der nächsten Umorganisation, ja, die auch in Unternehmen der Regelfall ist, ja, also musst du anfangen, Dinge umzustrukturieren, Ich will auch Folgendes hinaus, die Planung muss ja eigentlich in zwei, mindestens zwei Ebenen passieren, ja, man stellt Meta-Regeln auf und dann geht es ins Detail, ja, auf der zweiten Ebene und kann man irgendwie möglichst automatisch prüfen, dass der aktuelle Zustand des Systems noch den Meta-Regeln konformiert. Also, das ist jetzt, wenn man die Meta-Regeln, auch irgendwie in die Konfiguration schreiben könnte und dann irgendwann sagen, System, sag mir, ist die aktuelle Konfiguration noch konsistent mit den Meta-Regeln? Na, da müssen wir jetzt erstmal festlegen, in was formuliert man diese Meta-Regeln, auf welcher Ebene und so weiter. theoretisch ist ja immer alles möglich, ja, aber ich meine, also, wenn du irgendwas... das bedeutet ja eigentlich, wenn deine Meta-Regeln schon so formal sind, dass du daraus im Prinzip die Berechtigungen ableiten kannst, dann sind es die Berechtigungen. Also, ich möchte nicht, dass zum Beispiel durch die Urlaubsvertretung des obersten Admins plötzlich der Geschäftsführer Sachen machen darf, die er nicht soll. Das passiert ja sowieso nicht. Ja, also, hey, nochmal ganz hart, ja, also, also, entweder du hast die Chance, also, entweder du hast das Recht, ein Objekt und seine Beziehungen zu ändern, oder nicht, ja, also, nur weil jetzt jemand in Urlaub ist, bekommt nicht irgendwie automatisch irgendjemand irgendein Recht. Nein, 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 aber ich sage mal, Urlaubsvertretung, der macht ja unter Umständen Sachen anders, als ich die gemacht hätte, und dann sagt zum Beispiel der Geschäftsführer, ich muss jetzt ganz dringend dieses Dokument so und so behandeln. Ja, also, die Urlaubsvertretung sagt dann, ja, na gut, ja, und man kommt dann aus dem Urlaub zurück und die Welt geht unter. Also, also, also erstens gibt es eine Access-Log-Datenbank, das heißt, es wird sehr detailliert jede Änderung mitgeschrieben, also auch recherchierbar, also du kannst sie direkt an, ich kann das mal kurz zeigen, Ja, das ist nachher beim Entlassungsgespräch sehr wertvoll. Ja, aber natürlich auch, ich meine, ob jemand entlassen wird, es steht nochmal auf einem anderen Blatt, also hier unten kannst du zum Beispiel einfach draufklicken, ja, und da werden im Prinzip in der Access-Log-Datenbank sämtliche Schreibzugriffe auf den Eintrag mit protokolliert, und zwar sehr, sehr detailliert, ja, also, Es gibt im Urlaub sehr viel zu lesen. Also, du würdest ja im Prinzip, jemanden, den du gar nicht geschult hast, auf keinen Fall irgendwie zu einem AE-Admin machen oder auch nicht zu einem Zonen-Admin, ja, das heißt, in der Regel bereiten die Leute ihren Urlaub ja quasi vor, also die wissen ja im Prinzip, also, die Praxis zeigt einfach, ja, dass zwar ein Teamleiter, der zum Beispiel auch echt fachlich Ahnung hat, was Sache ist, ja, dass der aber das trotzdem nicht alleine macht, ja, weil der kann ja immer krank geschrieben sein, das ist ja nicht nur die Urlaubssituation, sondern er kann auch einfach krank sein oder noch schlimmer, ja, so, das heißt, das heißt, die Vertretung, also, wenn du keine ordentliche Vertretung vorgesehen hast, dann ist sowieso deine Orga kaputt, würde ich jetzt argumentieren, um annehmen, dass der, dass die Urlaubsvertretung weiß, was sie tut, ja, dass der aber eben nur in diesem meinem Urlaub da ist und deswegen auch im Haus vielleicht nicht die Hausmacht hat, einem unsinnigen Ansinnen des Geschäftsführers zu widerstehen. Ja, aber nochmal, Technik löst keine Orga-Probleme, ja, also, wenn du halt irgendwie, also, das würde ich auch nie versprechen, ja, also, ich meine, es ist bloß so, dass, dass allen halt, die das benutzen, klar ist, ja, dass, dass dieses, dass dieses Setzen von Referenzen, dass das halt Berechtigung setzt auch, ja, das ist den Leuten schon klar. Also, die Leute, die du zu einem Zonen-Admin machst, denen muss das schon klar sein, ja, und es ist auch so, dass, dass quasi, meine Ansage an die Leute ist auch immer, Leute, die Zonen-Admin sind, müssen im Prinzip alle Objekte in ihrer, in ihren Zonen fachlich verstecken, und wenn es irgendwelche gibt, die sie nicht fachlich verstehen, dann ist der Zonen-Zuschnitt falsch, ja, also, das ist so der, das ist so die, die Orga-Ansage, ja, benutzt bitte die technischen Mittel wirklich so, ja, dass ihr das so weit aufsplittet, ja, dass die Leute wirklich in ihren Bereichen, für die sie zuständig sind, immer wissen, was die Objekte bedeuten. Also, auch insbesondere, was für Rechte hängen, zum Beispiel, in einer User-Gruppe, ja, das ist ja eigentlich das spannende Thema, ja, also von wegen, hu, wir haben da diese User-Gruppe und so, und die, und, ähm, wir wissen aber nicht mehr genau, wo die überall verrechtet ist, ja, irgendwie, das, das darf eben genau nicht passieren, ja. Okay. Ja. Kann man sich nochmal hier drücken? Einmal hier drüber rein. Hi, hallo. Zum Abschluss noch ein paar Anfängerfragen. Kannst du mir die Folie mit der roten Linie nochmal kurz zeigen? Ich glaube, da hattest du vorhin gesagt, dass da dein AED-Consumer einen Pull-Request stellt. Genau. Wäre nicht ein Push vom AED-Provider sinnvoller? Das hat Vor- und Nachteile. Also, ähm, also erstmal die Standardkonfiguration von OpenLDAP ist eben Pull-Replikation, also das Sync-Repel-Protokoll, also das ist eigentlich nur eine spezielle LDAP-Suche, ja, also mit so ein paar Protokollerweiterungen, so Controls dran und irgendwelchen auch so Intermediate-Messages, die dann so als Response kommen, oder Intermediate-Response, die da kommen können, ja, äh, der Standard ist, dass man hier praktisch tatsächlich eine Suche macht, ja, du kannst das umkonfigurieren, also du kannst wirklich Dinge umkonfigurieren auf, ähm, eine Push-Replikation, dann machst du praktisch so einen lokalen Reverse-Proxy, ja, der quasi ein Sync-Repel-Consumer ist und der, der ist dann quasi eine LDAP-Proxy auf das Target, ja, so, aber ich mache das deswegen nicht, weil das wird dann relativ, also relativ anstrengend, das, heute habe ich das Bild eingefügt, ja, das ist jetzt, das kommt mir jetzt gerade gelegen, wenn du eine Push-Replikation machst, musst du tatsächlich Replikationstopologie auf den Providern umbauen, ja, so, und das wird dann relativ anstrengend, also einfach mal so mehrere Consumer noch da hinzustellen, weil du jetzt irgendwie mehr Last hast oder weil du das irgendwie noch auf andere Rechenzentren vertraten musst oder so, das wird dann relativ anstrengend, theoretisch möglich, aber ich habe es bewusst nicht gemacht. Okay, danke, zweite Frage, kann ich das in ein bestehendes IAM-System einbinden, also kann ich mich zwischen reinsetzen oder muss ich es neu aufbauen, wenn ich jetzt sage, ich möchte das tun? Also, dir selbst ist quasi, das baust du neu auf, ja, und jetzt ist ja die Frage, wie befüllst du es, ja, und wenn du halt sagst, klar, du hast jetzt irgendwie so ein Identity-Management und das schiebt schon irgendwelche Daten von links nach rechts, ja, dann kannst du das theoretisch machen, eine sinnvolle Sache wäre halt, insbesondere Personendaten zu synchronisieren, ja, also das muss man sich halt genau angucken, wo kriege ich eigentlich Personeneinträge, ja, so, wenn du aber, wenn aber, jetzt muss man ein bisschen hingucken, ja, wenn zum Beispiel in einem Unternehmen der Anspruch ist, dass das zentrale Identity-Management alles abbildet, ja, also sozusagen man guckt in das zentrale Identity-Management und sieht dann alle Beziehungen, was darf denn jemand, ja, das ist ja genau immer die Anforderung eines Auditors zum Beispiel, dann müsstest du theoretisch auch wieder alle diese, diese ganzen Beziehungen mit abbilden, ja, also insbesondere müsstest du auch hier wieder dieses, mehrere Accounts pro Person und so abbilden, ja, und da kommt es dann immer drauf an, was verwendest du für ein Produkt, kann das das überhaupt und so weiter, ja, also, es wird schwierig. Super, letzte Anfängerfrage, was mache ich denn, wenn ich ein Microsoft AD irgendwo in meinem Unternehmen rumstehen habe? Naja, tatsächlich, also der eine Kunde, der bespaßt damit tatsächlich auch das AD und das ist eben genau dieser eine Fall, wo ich eben auch eine Passwort-Synchronisation implementiert habe, also da ist es im Prinzip so, die AD-Domäne ist quasi einfach eine Servicegruppe, also um das jetzt mal in das Datenmodell zu packen, ja, das heißt, da wird dann auch wieder gesagt, also mit diesen Beziehungen wird dann einfach wieder gesagt, welche Benutzergruppen und welche Benutzer sollen eigentlich in die AD-Domäne synchronisiert werden, ja, und dann werden die da erstmal runter synchronisiert und dann wird im Prinzip, wenn der Benutzer über das Webinterface sein Passwort setzt, ja, gibt es dann quasi in den Open LDAP-Server eingeklinkt, etwas, was die Passwort-Modify-Extended-Operation abgreift und ins AD runterballert, ja, aber das ist eben genau der Fall, wo ich sage, hm, ja, das muss man dann auch wirklich, da muss man sich auch ganz genau überlegen, wie mache ich jetzt die Systemarchitektur, mit welchen Credentials gehe ich dann schreibend auf das AD und so weiter, ja, also da muss man genau hinschauen, was man da tut, ja, und gebaut haben wir das übrigens ursprünglich mal dafür, weil die haben alle macOS-Laptops, ja, und da haben wir wirklich quasi getestet, praktisch die macOS-Integration direkt mit AI dir, aber dann haben sie außerdem auch noch ein AD mit einem Exchange, ja, irgendwie, und deswegen die ganze mimikt, so dass die Leute an ihrem macOS lokal das Passwort ändern können, das mit dem File-Wort synchronisiert wird und dann geht die Passwort-Modify-Extended-Operation raus und wird dann auch hinterher ins AD geblasen, ja, aber wie gesagt, muss man immer genau hinschauen, wie man das dann auch macht, ja. Sonst noch eine Frage? Okay, dann bedanke ich mich. Ciao. Applaus 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 Applaus